Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel von der Arbeitsteilung zur Gesellschaftspyramide beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Von der Arbeitsteilung zur Gesellschaftspyramide. Einzelne Menschen spezialisierten sich auf bestimmte Arbeiten. Sie machten bestimmte Tätigkeiten besonders häufig und wurden schließlich darin Profis, bestimmte Dinge wie das Herstellen von Werkzeugen und Waffen zu erledigen. Da Menschen lernten, bestimmte Tätigkeiten auszuüben und darin immer geschickter wurden, konnten große Fortschritte erzielt werden. Es entstanden Berufe wie Bauer, Handwerker, Bauarbeiter, Köche, Ammen, Beamte, also Staatsdiener, Bäcker, Schreiber, Soldaten, Priester, Händler, Seeleute, Architekten, Wissenschaftler und Künstler. Durch die Zusammenarbeit bei zum Beispiel Thema Bauen von Häusern und die Spezialisierung auf bestimmte Aufgaben, wie etwa das Errichten der Dächer, konnten diese besonders rasch und gut erledigt werden. Da einige der Arbeiten, wie zum Beispiel der Ackerbau mit dem Aussehen der Samen, dem Flügen und Ernten der Felder einerseits und das Malen des Getreides andererseits unter den Menschen aufgeteilt wurden, spricht man in diesem Zusammenhang von Arbeitsteilung. Unter einer Gesellschaft versteht man jene Menschen, die in einem Land zusammenleben. Menschen, die miteinander zusammenleben, beurteilen andere seit jeher unterschiedlich und manche haben sogar die Macht, anderen etwas befehlen zu können und sie zu zwingen, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Schon die Menschen der Urgeschichte beurteilten einander wahrscheinlich aufgrund dessen, was und wie geschickt sie es taten, woran sie glaubten, was sie wussten, aus welcher Familie sie stammten, was und wie viel sie besaßen, ob sie anderen etwas befehlen konnten oder befehlen gehorchen mussten. Durch unter anderem hier aufgezählte Gründe entstand unter den Menschen eines Landes eine gesellschaftliche Ungleichheit, die wir heute zum Beispiel in Bezug auf Sklaverei als ungerecht und unmenschlich beurteilen. Da alle Menschen der Gesellschaft im Ägypten des Altertums wie die Teile einer Pyramide in höhere und niedere Schichten eingeteilt wurden, beschreibt man diese häufig als Gesellschaftspyramide. Je höher sich ein Mensch in der Pyramide befand, umso mehr Ansinn und Macht hatte dieser in der Gesellschaft. An der Spitze der Gesellschaftspyramide befanden sich zum Beispiel in Ägypten der Pharao, also der König. Darunter folgten besonders wichtige Mitarbeiter des Königs, wie Beamte, Minister seiner Regierung, Priester, Generäle und Angehörige Vornehmerfamilien. Die Mittelschicht bestand unter anderem aus höheren Schreibern, Baumeistern, Ärzten, Handwerksmeistern und reichen Kaufleuten. Diese konnten wiederum anderen in der Gesellschaftspyramide weiter unten sich befindlich niedrigeren Beamten wie zum Beispiel einfachen Schreibern Anweisungen geben. Den größten Teil der freien Menschen stellten aber Handwerker, Händler, Bauern, Fischer und Jäger dar. Den restlichen Teil der Bevölkerung, die unterste Schicht, stellten die Sklaven dar, die das Eigentum von reicheren Menschen waren, keine Rechte hatten und das tun mussten, was ihnen ihre Eigentümer befallen. Es wurden damals noch nicht wie heute Menschenrechte anerkannt, die für alle Einwohner eines Landes gelten sollten. Nicht nur am Nil in Ägypten, sondern auch an den Flüssen Euphrat und Higris in Mesopotamien, also dem Zweistromland, im heutigen Irak, entstanden um 3000 vor Christus besonders große Siedlungen und Städte. Menschen schlossen sich dort zu den ersten Staaten bzw. Ländern der Menschheitsgeschichte zusammen. Man spricht von Staatsgründungen. Manche Herrscher wurden so mächtig und reich, dass sie für sich eigene Herrschaftssitze, sogenannte Residenzen, errichten ließen. Da diese Residenzen so groß und prachtvoll errichtet wurden, werden sie heute als Paläste bezeichnet. In und im Umkreis dieser Herrschaftssitze arbeiteten unter anderem zahlreiche Diener, Soldaten, Handwerker, Schreiber, Beamte und Priester. Diese erstellten sogenannten Hofschichten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die Erfindung der Schrift.